Habe die Ehre, ich bin's, Bürger, so, es ist mal wieder Zeit, Freunde der Sonne, Gruzifix, wo ist das Jahr hinkommen, kann man das mal irgendetwas erklären? Mir kommt's vor, als hätten wir vor vier Wochen Fallgeist gespielt, und vor zwei Wochen ein Horror-Oktober, und vor einer Woche liebt Bronz eine zauberhafte Reise, Gruzifix, aber, ich hab' eine gute Nachricht, also für mich, Schlechte wahrscheinlich für ein paar von euch, es ist Zeit für die Sommerpause. Kinder, es ist einfach Zeit, einmal im Jahr, da muss man einfach auch einmal sagen, so, äh, Kasten losen mich in Ruhe, ich nehme mir eine Auszeit, wie ich das jedes Jahr tue, ähm, ich komm wieder, morgen ist der letzte Stream, so, der letzte Blödschmerz-Stream, Mittwoch, Mika, Entschuldigung, oh mein Gott, Mika, 12 Uhr, ein bisschen Blödschmerz, hau' mir ein bisschen rein, was war das ganze Jahr so los, und überhaupt, und alles, was uns so einfällt, und dann bin ich fort, für exakt, ich glaube, es ist auch nicht exakt, dreieinhalb geworden, sind es dreieinhalb geworden, ich weiß es nicht, oder vier, ich weiß es nicht, ist egal, käme ich am 6. September wieder, das ist ein Montag, und da ist dann der erste Stream, da hab ich mir auch schon was ausgedenkt, da werde ich wahrscheinlich einen Gast bei mir haben, aber das erzähl' ich euch dann im Video. Wenn ich wieder da bin, so einen Tag vorher, was wir da alles machen, im Oktober hagelt's dann neu, Spiele ohne Ende, Alter, Battlefield und Guardians of the Galaxy und Back 4 Blood, und dann kommt auch irgendwann im November der Neuland, der ganze Scheiß, aber da unterhalten wir uns dann, wenn er's, ich bin wieder da, Video kommt. So, was gibt's ansonsten noch kurz zum sagen? Seit zweitag haben wir einen Upload-Filter am Sack, bis jetzt hab ich noch nichts gespannt davon, das ist schon mal sehr gut. Ich werd das natürlich, ich werd meinen vier Wochen Urlaub, werd ich so gut ich kann, dazu nutzen, dass ich mich irgendwie so gut ich kann, von diesem Kasten da distanziere, und wenn ich aber so auf den Wetterbericht an meinem Handklink schaue, dann seh' ich schon wieder, dass es den ganzen Tag bloß ringt und beschissen ist, werd wahrscheinlich auch nicht so einfach werden, wir werden sehen. Ähm, und da werd ich im Augenwinkel natürlich beobachten, was dieser Upload-Filter so tut, ob sie da noch irgendwas tut, ich hab keinerlei Nachricht von YouTube oder sonst was gekriegt, was natürlich gut ist, damit ist nämlich dann die Sache klar, die Scheiße ist zwar da, aber sie interessiert einfach keinen. Ja, easy, oder? Easy Upload-Filter, easy live. Und dann, mehr gibt's auch schon gar nicht zum Sagen, außer das alljährliche und eigentlich mittlerweile wahrscheinlich sogar schon ziemlich inflationär benutzte, herzlichen Dank an euch. Das, wo ich mir jetzt mal wieder, jetzt mal wieder, wenn ich mir her sitze und sag, ich glaub, ich hab so ein bisschen ein Déjà-vu, das sag ich jetzt ja, dass es nicht mehr krasser werden kann, und trotzdem ist das ja noch krasser eskaliert mit einem Peak von Zuschauern in Livestreams mit 2000 Leuten und was weiß ich was alles. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute, ohne Scheiß, von ganzem Herzen vielen Dank. Ich glaub, wir sind da noch lange nicht fertig, und ich darf einfach ganz kurz und knapp sagen, Dankeschön. Ist das in Ordnung? Ich weiß schon, einige werden das wahrscheinlich von euch nicht mehr hören können, aber das ist mir scheißegal. Das wird sich noch vier Millionen Mal holen müssen, das ist mir aber wurscht. Und dann, würde ich sagen, war's das auch schon. Freunde der Sonne, wir sehen uns am 6. September in alter Frische, hoffen wir, dass der Upload-Filter einfach gar nichts tut, und dann versuche ich mich auch ein bisschen zu bessern, was Videos betrifft und so weiter. Da gibt's auch einiges an Ideen, was wir da irgendwann einmal umeinander wurschteln könnten. Und jo, dann darf ich sagen, haben sie noch eine gute Zeit. Einige von euch werden wahrscheinlich Ferien haben, schöne Ferien an euch, die haben wahrscheinlich jetzt gerade schon Ferien. Und am Rest, der wird auch sicherlich einmal zwei, drei Wochen will er haben. Ansonsten überlege einmal, was du eigentlich durchst in der Arbeit. Und dann, würde ich sagen, beendet man Season 3, ich glaube es ist Season 3, mit einer letzten Tröte, und dann sehen wir uns morgen noch kurz im Plätschmatt-Stream, um 12 Uhr, und dann komme ich wieder zurück in alter Frische am 6. September. Ihr erinnert euch aber auch, droht an mit einem kurzen Ich-bin-wieder-da-Video. Und dann, würde ich sagen, hauen Sie hinein. Auf Wiedersehen. Es ist mir eine Jährige, sich belustigen zu dürfen, und ich hoffe, hat's im September noch schlägt's euch. Habi! Urlaub! Wow!